Du bist gerade fertig mit deinem Abi und suchst ein Vollzeitstudium oder möchtest dich neben dem Beruf akademisch weiterbilden? Du bist besonders an den Schwerpunkten Gesundheit und Soziales interessiert? Dann ist die Wilhelm-Löhe-Hochschule bestens für dich geeignet. In Mittelfranken, gleich neben Nürnberg, liegt die Großstadt Fürth. Und mitten im Herzen der Fürther Südstadt, im Südstadtpark, befindet sich die Wilhelm-Löhe-Hochschule, die Gesundheitshochschule der Region. Es gibt viele gute Gründe für ein Studium an der WLH. Die intensive Betreuung und der persönliche Austausch unterstützen deinen Studienerfolg. Den passenden Raum schafft eine kleine persönliche Studiengruppe, in der gemeinsam gelernt reflektiert und hinterfragt wird. Für unsere Studierenden stellt sich die Frage Uni oder FH nicht, da bei uns sowohl praktische als auch wissenschaftliche Kompetenz vermittelt wird. Für den Praxisbezug sorgt ein Team von Dozenten und Professoren, die aktiv in Einrichtungen und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft mitwirken. Die Forschung am renommierten Forschungsinstitut IDC bietet die Möglichkeit, in aktuelle Forschungsprojekte zu schnuppern. Bei uns lernst du, die Folgen wirtschaftlicher Entscheidungen richtig einzuschätzen, mit Fachwissen aus dem Gesundheitssektor zu verknüpfen und im Einklang mit ethischen Werten umzusetzen. An der WLH hast du viele Möglichkeiten, dich für den stark wachsenden Zukunftsmarktgesundheitswesen fit zu machen und diese Branche aktiv mitzugestalten. Du hast sowohl die Wahl zwischen Vollzeit- als auch ausbildungs- und berufsbegleitenden Bachelor- und Masterstudiengängen. Detaillierte Informationen rund ums Studium an der Wilhelm-Löhe-Hochschule findest du auf unserer Website.